Eure Majestät, eure Königinhaftigkeit, o höchstkönigliche Aussprache über wohlwollende Herrschaftsbesinnigkeit. Das war, bevor ich meinen Tron gewonnen habe, aber sie hat ihre Hand in. Und beide Knie. Was bringt euch nach links des 19. Parallels, Guybrush? Ich brauche eurer Hilfe, um das Geheimnis von Monkey Island zu erkunden. Es sind diese 5 goldene Schlüsse. Ich bin sie schweigig bewusst. Du kannst natürlich den, den auf meinem Kronen sehen. Der Kron der Schlüsse ist ein zeremonisches Artifakt, die von der reingenden Königin der Bermuda. Es war von den Kronen der Schlüsse der Bürgerinnen und Bürger wie eine Gesture von Vertrauen. Und oder Submission? Meine Prädecesorin als Königin ist der, der die Goldene Schlüsse hat. Ich denke, es gibt eine bestimmte Pizazz. Wir müssen Königin werden. Wir müssen Königin werden. Wir müssen Königin werden. Wir müssen sie gewinnen. Wir müssen sie gewinnen. Wir müssen sie gewinnen. Wir müssen sie aus der Kronen von der vorherigen Königin. Die meisten Menschen können das nicht natürlich nicht. Aber durch die Tradition der Bermuda, alle sind willkommen zu versuchen. Für eine Königin werden Sie sich zeigen, Sie müssen Ihre Qualifikationen zeigen, indem Sie die heutige Königin der aktuellen Königin in 3 Konkest. Die Konkest testen die Hörer, Ihre Serienzigkeit und Ihre Intelligenz. Drei Prüfungen ist genau wie ein Pirat zu werden. Das ist, wenn ich nur für eine kurze Zeit Königin sein will, kann ich ein Schreiben auswählen, der für mich eintritt. Ich habe einige von den Dingen. Das sieht sowas oft. Drei Prüfungen. Es ist einfach wie ein Pirat zu werden. Es ist nichts wie ein Pirat zu werden. Nur für die drei Prüfungen. Die Konkest. Die Konkest. Die Konkest. Die Konkest. Ja. Kann ich mir mehr Details über die Konkest zu werden, um die Konkest zu werden? Die Konkest der Hörer ist ein Konkest zu essen. Ruhig. 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 Nimm es ein Sushi, wenn es dir besser hilft. Die Konkest der Hörer ist ein Konkest. Da ihr müsst eine direktes Gesichter. Wer baut etwas Ruhig. Das ich nie mache. Die Konkest der Hörer ist ein Algebra. Die Konkest der Hörer ist ein Test. Die Zeitwerte der Zeitwerte der 20. Und ja, ich habe immer die beste Antwort. Du bist wie ein Konkest zu werden. Da werde ich verkacken. Komm mit mir. Wir müssen nach unten gehen. Siehst du den Triangle? Es gibt drei von ihnen hier im Gebäude. Einer für jedes Triangle. Wenn du eine Formellung für eine Herausforderung möchtest, ringst du den Triangle. Oh ja. Gott mein Gott. Eine weitere Herausforderung. Ladies und Damen und Herren, obwohl dein Wettbewerb für diese schreckliche Anwalt nicht auf mich beherrscht, es ist meine Solemn-Duty, das zu erzeugen, das zu erzeugen, das zu erzeugen. Wie alle wissen, Die Objektiv ist, dass es, und permanentemente, mehr Fisch zu verwenden ist. Heute ist es... Bloater! Wait a moment! Das Bucket-O-Plenty contains no Plenty. Es gibt keine Fisch hier. Und der Contest kann nicht ohne Fisch sein. Everyone nach Hause. Ähm, okay. Dann müssen wir über Fisch besorgen. Jetzt haben wir die Unterhaltung. Jetzt haben wir die Unterhaltung. Die Unterhaltung! Ah ja, hallo jetzt Grunt 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 Beste Damn Grunt 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 Ich bin Angst, ich ist es sehr viel mit meinem Kopf Ichege mich mal auf den Kopf Ich bin Angst, dass du schon mal liefst Ich schraсте mir Angst, dass du schon mal so lassen Ich bin Angst, dass du schon mal liefst Ich bin Angst, dass du schon mal hier liefst Ich bin Angst, dass du schon mal auf gehst Wir haben mit der eingesprungen. Oha. Okay, wir müssen Fisch besorgen. Okay, das ist das Mathe Zimmer. Bitte nein. Wo ist das dritte Zimmer? Das ist der Hinterzimmer. Wir können das mal versuchen. Aufallgeят? dú motto ist das? DOgke-mäßig? Ja! Audina IX. der Bermuda. Und auf dieser Seite, der Challenger, Guybrush Stripwood, Esquire, aktuell nicht verwendet und hat keine Begründung. Wenn Sie alle kommen, der Contest beginnt. Der erste Contestant zu lachen ist der Loser. Hast du gehört von dem Mann, der ein Eis-Cube auf einen Skurvy-Dog? Er sagte, es war Chilli. Es wird mehr als das, um mich zu schrauben. Was nimmst du ein Papegei mit einem Bein? Warum kann ein Ozean seine Stiefel nicht ausziehen? Was ist der Unterschied zwischen einem Skurvy und einem Mob? Was nimmst du ein Papegei mit einem Bein? Hörst du es. Du könntest gerne aufhören. Ich habe gehört, dass es in diesem Weltkrieg gibt. Kontestanten, das Zeitlimit wurde erreicht. Was? Das ist aber ein kurzer von dem Kontest. Warum mehr Zeit? Wenn Sie alle kommen, der Contest beginnt. Der erste Contestant zu lachen ist der Loser. Was nennt man ein Pirat mit zwölf Schmerz? Whatever er will. Ich will dich auch. Ist das das beste, was du hast? Was ist die Unterschied zwischen einem Schwabby und einem Mob? Hörst du es. Du könntest gerne aufhören. Wir müssen einen neuen... Witz... Also... Also... Du hörst du das über den Pirat der Pirat der einen ducken? Bolli wollte ein Quacker. Ist das das beste du hast? Um... Ein Witz, der von jenseits dieser Welt ist. Ah, ein Dämonischen... Okay, versuchen wir das mal hier. Und wenn die Tiere schwackern. Willkommen, Ihre Majestät und Herr Threepwood, zum Kontest der Intelligenz. Vor allem von euch ist ein erhöhtes Algebra-Problem. Ihr sollt es so komplett wie möglich sein, und erinnert, dass ihr Arbeit zeigen soll. Keine Pfeifen, keine Kopien, keine Pfeifen, und keine Pfeifen, keine Pfeifen, und keine Pfeifen, keine Pfeifen. Ich werde 20 Sekunden in 20 Sekunden zu grade your Pfeifen. Ihr time starts... ...NOW! Uh, okay. Ich habe die Slightest Idee, wie zu solveen Algebra-Problem. No Copying. No Funny-Business Buster. Ich habe die Slightest Idee, wie zu solveen Algebra-Problem. Ich habe NO IDEA, was das sagt. Ich habe die Slightest. Ich habe die Slightest. Ich nehme deine Pfeifen. Hmmmm. Hmmmm. Hmmmm? Hmmmm? Keine Überraschung hier. Queen Odina hat eine klar und richtig Antwort auf mit einem Schritt nach Schritt auf Schritt. Herr Threepwood hat gepflegt einige von vielen Äquationen aus dem Blackboard. Queen Odina ist die Winner. besser Glück nächste Mal. Ah, ja. Ist ja sehr, sehr spaßig. Gut, haben wir es auf die Totenliste aufgeschrieben. Wettbewerb der Ernsthaftigkeit gewinnen. Wettbewerb der Intelligenz gewinnen. Wettbewerb der Ernsthaftigkeit gewinnen. Wettbewerb der Ernsthaftigkeit gewinnen. Die Königin werden. Halt mal. Trocken. Wettbewerb der Ernsthaftigkeit gewinnen. wir sind die Presseinhafte entfernt. Wo hast du gesagt, dass sie wieder den Stand behalten? Der Eisquare in Bermuda. Er wird da für Jahre und Jahre und mehr Jahre später. Danke, Gott. Da müssen wir irgendwie rein. Wir müssen die Zahnbürste kriegen, um da reinzukommen. Okay. Ich werde die Island ein bisschen exploren. Holler, wenn du etwas interessantes findest. Wir müssen nach Melee, wo die Zahnbürste finden. Oha. Zahnbürste. 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 Auf dem Ort sieht es aus der Gäste. Das sind die alte Zahnbürste, die Stein wollte. Ein Bild. Sehr schön. Denkst du, wie kann man das behalten? Das brauchen wir später noch irgendwo für. Es sagt, Tans vorhin gewohnt Wessel. Na dann. Für Chuck's Schiff gehen wir später noch. Jetzt kommen wir hier durch. Sehr schön. Kraftposten. Ich habe einen Beweis, dass sie rein darf. Ich würde gerne meinen близigen Freund Stan besuchen, bitte. Wie ich gesagt habe, ich brauche etwas hartes Ebenen sehen, dass Sie sich in zwei Fuß von uns waren. Was denkst du von diesem Bild von mir und meinem extrem lieben Freund Stan zusammen? Wir haben es in unserem lokalen Muskrat-Klub-Klub getestet. Siehst du wirklich nahe. Okay, du kannst ihn in und sehen. Aber keine Erlebnisse. Ich würde es nicht träumen. Du willst nicht direkt da sein, wenn ich das Garten öffne. Geh, stand neben dem Stand. Okay. Und rein geht's. Jetzt können wir Stan mal um Hilfe bitten. Vielleicht weiß der was. Und dann finden wir noch andere da drin. Und dann können wir uns helfen können. Er ist dann noch passiert. Oha. Äh, hat jemand von Stan gesehen? Ich denke, er ist ganz vorne. Das würde ich mal vermuten. Ich glaube, er ist ganz vorne. Er ist ganz vorne. Wir müssen nicht weit gehen dafür. You know Stan. Er ist in der jenigen Korne. You know Stan. Er ist in der jenigen Korne. Ah ja Ein Fögereskript Vielleicht weiß ich jemanden, wo Stan ist. Wissen Sie, wo Stan ist? Schön, dich zu sehen. Was hast du da? Um fünf bis zehn. Minuten oder Stunden? Du hast nicht den Blick eines Mannes, der mehr als das macht. Nein, du hast den Blick eines Mannes, der zu gehen. Und wer möchte diese Begründung machen? Ich will euch diese zwei Worte. Eis, Sculpture. Säparatlich, sie sind spannend. Strength, Elegance, Transparency. Together, sie... Dan? Nicht heute. Nicht zu lange warten. Es sind sieben wie Hotcakes. Wusstest du, dass da ein Escaptunnel ist? Oh nein, Junge. Ich kann nicht escappen. Das wäre nicht wunderschön. Ich bin nur für ein Monat. Ich habe eine Kopie des Judges-Order hier. Ah ja. Gerichtliche Anordnung. 6.03. Bezirksgericht Bermuda. Richter Planke hat den Vorsitz. Es wird hiermit angeordnet, dass der angeklagte Müllen-Stan-S-Bund-Stan-Man zur Zwangsarbeit im Eilstein-Bug, Bruch von Bermuda verurteilt wird. Für die leider triviale Zeit von einem Monat. Aha. Ja, ich war sicher aus der Licht. Luggy für mich, sie haben sie nie mit meinem Pyramidschema aufgenommen. Oder ich würde wahrscheinlich 10 Jahre machen. Mhm. Ziemlich mehr über das Schneeballsystem, das du erwähnt hast. Meine Jagd, nachdem ich mich im Geheimnis von Magalien zurückzupahren. Wie ist das wirklich ruhig? Ich glaube, ich schaue mir hier ein bisschen an. Mein Geheimnis für das Geheimnis von Monat ist großartig. Gut für dich, Junge. Die Klassische Zeit kommt zu schnell für uns alle. Du musst probieren, die du kannst, bevor es klappt. Sag mir mehr über die Pyramidschema, die du erwähnt hast. Ich weiß nicht, warum das Gesetz so großartig macht. Es ist nur kreative Geld-Management. Es ist einfach, wenn du mit den Figuren kennst. Ich habe diesen Behandlung, Ned Filagri. Er ist ein Geheimnis mit dem Zeichen. Wenn sie seine Regionen sehen, dann sagen wir mal, das erste, was ich mache, wenn ich rauskomme, ist, geh all das Buchstaben zu brennen. Finde ich übrigens toll, dass seine... ... dass seine... ... dass seine... ... dass seine Häftlingsklamotten... ... immer noch so schlecht animiert ist. Und er... ... wenn er die Arme bewegt, dass er da... ... dass die immer noch... ... einfach Striche sind... ... und seine Klamotten selber transparent... ... vor... ... gesteiften Untergrund sind. Großartig. Das ist einfach seine Klamotten, die muss einfach so sein. Was war der Name deiner Behandlung wieder? Ned Filagri. Er ist gut. Und er arbeitet sehr günstig. Warte mal, aber... ... er hat eine Hänge mit einem... ...meticulose Rekordentwicklung, ... das kann problematisch sein, ... wenn jemand zu nahe sieht. Ah ja, den müssen wir bekommen... ... für die eine Prüfung. Wir brauchen einen Fizz... ... um die... ... die andere Prüfung zu machen... ... und wir brauchen Fisch. Den brauchen wir... ... und wahrscheinlich ihn nochmals... ... zu überzeugen, dass wir ihn kennen. Ah ja. Sie werden das spüren. Da ist die. Dann guckt man raus. Oh. Einen Shortcut. Hinein. Und hinaus. Es ist der secretische Tunnel zum Eisquarry. Ein Bucket, die zu der Brille mit roten Fischbönen. Okay. Vielleicht können wir jetzt mal den... ... den Typen hier überzeugen. Ähm. Was können wir hier machen? Im tiefen Urzell blicken. Sind wir in der Zeitung oder nur... ... warte? Ich wollte runter springen, ins Wasser tauchen. Seamonke 2. Jeder liebt ein Sequel. Es sieht ziemlich klar aus hier. Zwei Minuten später. Aha. Was gibt's da... ... auf dem... ... Grund... ... hier was zu sehen? Tja. Nicht viel. Ich bin nicht sogar mortal. Und ich fühle mich, dass die Minuten entfernen. Ich fühle mich immer ins Wasser. Wie gibt's hier einen großen Totenkopf? Ich glaube hier nichts. Da ist ein Möbel. Ich weiß nicht, dass unsere Räume verabschiedet werden. Und es ist deine Hände, die auf der Bühne des Schiffens liegt. Halt es! Bist du sicher, dass du nicht folgst? Wir sind sicher. Niemand ist niemals 100% sicher. Das sind nicht zufällig irgendwelche Geschäftsunterlagen, die einen Stan-S-Stanman betreffen, oder? Du wirst keine Business-Rekorde haben, die zu einem Stan-S-Stanman haben. Würdest du? Was? Wer hat dir das gesagt? Ich kann das nicht confirmieren. Ich werde das nicht confirmieren, oder die Possession von irgendwelchen inkriminierenden... Ich meine... Ich meine, es ist egal. Stan ist eine langweilige Sprache. Ich muss keine mehr Beweisung gegen ihn. Es ist einfach keine mehr Beweisung. Es ist egal. Also, du hast du verabschiedet, dass du nicht verabschiedst der Stans-Stan haben? Was? Ja, ich meine, nein. Ich habe nichts verabschiedet. Welche Unterschied macht es? Stan ist bereits eine langweilige Sprache. Du hast keine mehr Beweisung gegen ihn. Du hast du nicht verabschiedst, dass du nicht verabschiedst der Stans-Stan haben? Nicht wie eine Beweisung gegen ihre Beweisung gegen eine Beweisung gegen ihre Beweisung zu abgesehen ist. Nicht dass ich auch einiges machen habe. Ist es richtig, dass du über die Beweisung gegen ihre Beweisung nicht verabschiedst der Stans-Stan haben? Jetzt versuchen Sie mich nur zu verabschieden. Sie sind sicher, dass Sie keine von Stan's bestehenden Rekord haben? Wie gesagt habe ich vorhin, Stan ist bereits eine langweilige Sprache. Es gibt keine Bedürfnisse mehr gegen ihn. Sie sind sicher, dass Sie keine von Stan's bestehenden Rekord haben? Wie gesagt habe ich vorhin, Stan ist bereits eine langweilige Sprache. Es gibt keine Bedürfnisse mehr gegen ihn. Es gibt keine Bedürfnisse mehr gegen ihn. Ich werde ein bisschen überraschieren. Paller, wenn Sie etwas interessiert haben. Sie ist seit Jahren und Jahren. Ich denke, Sie sind interessiert in diesen Rekord, gegen Stan S. Stanman. Was ist das? Nur ein Monat? Oh nein! Ah, sehr gut. Das wollen wir doch nicht, wir wollen den rauskriegen. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn als Mathematiker. Wir brauchen ihn als Mathematiker. Die Zutaten. Was ist sein, Stan? Was ist das denn, Stan der Mann? Das wird immer mit den Unterlagen. Bis gleich. Ich habe da was für Sie in der Richtung. Ich kann es wie ein Säler, wenn das hilft. Order! Order in the court! Opposing counsel will refrain from vulgar language in this court. Can your honor please cite the statute requiring a sworn affidavit in cases of- Statute 7 section H subsection G parenthesis E. I see. End section U parenthesis E parenthesis I I subsection A parenthesis B. Okay. End section S parenthesis D parenthesis F subsection U. I withdraw the question. For the court I can state that I'm Ned Filigree. This court can establish V.A.V. Customs documents that your name is actually Guybrush Threepwood Esquire. Ah ja. I do my accounting under a legal pseudonym for tax reasons. In light of this new evidence I hereby sentence Stan to ten years of hard labor in the ice quarry with no chance of parole. Please retain this legally binding documents for your records. 10. Gerichtliche Anordnung. 673. Bezirksgericht für Bermuda. Richterliche Bank hat den Vorsitz. Angesichts der neuen Beweise hat der angeklagte Steynman die harte Arbeit in Bermuda als Steynburg vorzusetzen. einen gewösslich passenden und langen Zeitraum von zehn Jahren. 8. 6. 0 c 0 0